G.R.E. behauptet und wird das Ministerium seinen Plan die Stadt Spenden Ja, die Spenden für die Übertragung Ja, dann nehme ich alles nur für einen Stream G.R.E. behauptet G.R.E. behauptet G.R.E. behauptet G.R.E. behauptet Ja, mich auch gern haben G.R.E. behauptet Einen kleinen Stream mal wieder G.R.E. behauptet Ja, geht hier voll ab Ich sag's euch, es geht voll ab G.R.E. behauptet Das Funksignal ist stärker als jemals zuvor G.R.E. behauptet G.R.E.5 X-Fu Band G.R.E. behauptet G.R.E. behauptet G.R.E. behauptet Achso, dafür misse ich ja erst das Fähigkeit serfen. Achso, das ist schon. Nee. die eine halli hallo du einer zuschauer was ich nicht bitten was ist hier mit dem werfen ok also ein bisschen was die nächste kampfstufe einen guten schau noch zack also erstmal eingeladen und 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 Da ist man mit hier. Richtig Schorde. Oh du Scheiße, wachst du gerade bei mir hin. Eine neue wunderschöne Sichel. Hast du schon überhaupt das Perk werfen, dass du die werfen kannst? Ja, wir kommen mal mit. Ne gut. Dann hätte ich jetzt mal, nehme ich deine Waffe, nehme ich ein bisschen was machen können. Jetzt die mir nur ausgeliehen, hätte ich die nicht mal dupliziert, nennen wir die Beide. Ich schieße nicht, ich helfe nur mit, mit den ab und zu mal weiter. Ja, ja. Ich schieße mich genau. Vihm ist ja warum. heuerlich bämm die rübe weggefetzt all ich muss das sein die natürlich ein stoffen scheiße auch nicht und die stelle das nicht du musst Was ist das? müsste schon muss man wieder angeben war ja klar ich habe jetzt gerade geschwister ich habe immer mal geboren der ex infizierte lässt mich doch mal in ruhe ja Willst du mich verarschen? Ich kann mich nicht mehr verlettern. 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 Es ist in den Kisten. Sollte es Antizin sein? Holen wir es uns. Juhu. Antizin. Ein Hochauf auf Antizin. Tschö, Tschö. Ich kann mich nicht mehr verlettern. 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 Ich kann mich nicht mehr verlettern.